Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen und damit herzlich willkommen zur letzten Woche im April. Also wir haben Monatswechsel steht vor der Tür und die Kryptoszene bzw. die Anlegerszene im Allgemeinen, der Markt, wenn man so möchte, deutet schon darauf hin, dass Mitte Mai der Kurs schön nach unten geht und es gibt schon die ersten Meldungen, dass die ersten Zinserhöhungen bekannt gegeben werden für Juni, Juli herum. Also auch das bärisch, das heißt wir werfen heute einen Blick genau auf diese aktuelle Situation und du kannst schon erkennen, dass der Kurs versucht über Widerstände hinaus zu kommen und wir werden selbstverständlich nochmal besprechen, was passiert, wenn nicht, wo stehen wir und was passiert, wenn wir das Ganze unterschreiten. Und damit alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön dich auch heute hier begrüßen zu dürfen, wenn es das erste Mal ist, das obligatorische Hit den Subscribe Button, also den Anmelde Button, gerne schön einmal drücken, mit der Glocke aktivieren, dann kriegst du auch immer eine Nachricht, wenn das neue Video kommt. Wenn dir das nicht gefällt, gerne Abo da lassen und dann zu mir in die Telegram-Gruppe kommen, das hat den Vorteil, du kriegst sogar exklusiv ganz schnell die Infos dort von mir rein, wo denn das neue Video zu finden ist und selbstverständlich dann auch der Austausch mit all den anderen Community-Mitgliederinnen, Mitgliederinnen, gut Deutschen, Entschuldigung, also mit den Community-Mitgliedern und Mitgliederinnen und alles, was dazwischen ist und dann kannst du dich auch austauschen, was jetzt das Event mit dem Monatsende so mit sich bringt. Also, so, zum einen, wir fangen jetzt erstmal an, also, wir sind unter 40.000, wir sind unter, oder der Kurs von Bitcoin ist unter 39.424 und du siehst, er versucht hier hochzukommen und drüber zu schließen, macht Sinn, erstmal die Linie, soviel dazu. Ich würde direkt am Anfang mal eine neue Linie mit einzeichnen, wenn wir uns schon im Wochenchart befinden, ist das hier ziemlich interessant und dieser Punkt ist interessant und vielleicht auch dieser hinten. So, machen wir jetzt hier rein, also, ja, wobei, nee, wir hauen das Ganze hier runter, macht Sinn. Die Zahl da hinten ist die 37.699 hier auf der Börse Binance im Weekly-Chart gegen Tether US, wie du es hier siehst. Die Zahl ist jetzt erstmal irrelevant, also, beziehungsweise nicht irrelevant, aber, ja, wichtig ist, was wir hier sehen, das heißt, wichtiger Support oder wichtige Zone, in dem immer wieder angetestet wurde und nach der Bestätigung dieser Rocket Jump eben nach oben kam. Nochmal zu einer kleinen Erklärung, warum haben wir hier diese gepunktete Linie nach oben? Sprich, wir haben ja einmal hier unseren Aufwärtskanal und einmal das. Ich habe ja gesagt, die untere Linie sind die Extreme. Jetzt haben wir den Normalbereich verlassen, logisch, oder könnte man jetzt hier ausgehen, Ziel des Kurses ist hier. Wenn du dich erinnerst, ich hatte ja gesagt, droppen in diese Zone nach unten, ja, also diese Zone ist hier dieses Parallelogramm hier unten. Ist cool, wenn wir da einen Aufkauf schaffen. Sprich, einmal dieses hier und dieses hier hinten. Haben wir offensichtlich nicht. Wir sind aber runtergedroppt. Blöd. Der Kurs hat in der letzten Woche genau auch hier geschlossen. Ich mache dir das auch nochmal größer. Nur mal so, um dir das hier einzunordnen. So, der Kurs ist wunderbar nach oben katapultiert, hat aber unter den 40.000 geschlossen, knapp noch über den 39.424 und er versucht jetzt das Ganze wieder gut zu machen, nachdem er in die Zone gedroppt ist, die hier zu verzeichnen ist. Das heißt, wenn er das hier nicht schaffen sollte, droht natürlich der Abverkauf hier Richtung Trendlinie. Bruch? Blöd. Ganz einfach gesagt. Besser wäre es auch einfach, damit wir uns alle entspannter fühlen, über 40.000 schließen. Das kann jetzt in diesem Monat sein, wäre besser. Wohl aber, bitteschön, über diesen 37.700, Pi mal Daumen. Weißt ja, ich mag so gerade Zahlen, die so komisch frickeligen, die irgendwie pseudoprofessionell aussehen, on point. Da kann man sich einfach leichter merken. Details kannst du dann selber machen. Aber du weißt, 37.700 drüber, fein bis zum Monatsende. Warum sage ich das? Das siehst du auch hier. Ich habe mal den 2. Mai eingetragen. Also siehst du, selbst wenn wir hier runter droppen würden auf diesen Punkt, alles cool. Wir sind noch in unserer Formation, wohl aber unter 40.000. Muss man halt ganz knallhart so sagen. Und unter unserer Supportzone wären wir nach diesem Crash, wenn wir das verlassen würden, ohnehin. Sprich, wenn wir das hier machen. Will niemand, braucht niemand. So, erstmal, das ist die Situation ohne irgendwelche Hilfsmittel, die ich mir jetzt angucke. Ich habe hier schon am Wochenende gezeigt, was ich mir angucke. Es sah alles jetzt nicht so cool aus. Hier siehst du auch schon, wie gesagt, wenn wir das nicht schaffen, geht es weiter runter. In diesem Bereich von Roundabout, was ist das, 38.400 bis eben 37.700 oder 37.700 bis 38.400. Das ist unser Bereich, der dann hier bouncet. Und auch hier wieder, das Beste, was man machen könnte, wäre seitwärts gehen. Drunter, ei, 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 ei. Aber auch da weise ich dich drauf hin, kann passieren. Irgendwelche Sachen jetzt irgendwie reinzunehmen, ist halt echt schwierig. Wir haben so viele, wir sind immer noch nicht aus der Situation draußen. Wir haben uns jetzt an dieser Eskalationsstufen, die wir jetzt haben, über die letzten Jahre, einfach daran gewöhnt. Aber wir haben immer noch eine komplette Ausnahmesituation. Ich habe es ja gesagt, mit schwarzen Schwänen, die jetzt in Formationen hier reinfliegen, immer noch so. Deswegen kriegen wir auch kein klares Signal, bumm, so ist es von EZB oder Federal Reserve aus den USA. Das ist immer so, mal gucken, vielleicht, schwierig, wackelig, wir müssen dynamisch bleiben. So, so würde ich das tatsächlich auch handeln. Wohl aber nochmal mit den ganzen Parametern, die wir im Kopf haben. Kein frisches Geld, Momentum ist weg, wir haben immer noch das Double Top. Wir haben hier eigentlich eine große Bullfleck, die hier das Ganze ausspielt. Oder die hier noch nicht irgendwie negiert ist oder sonst irgendwas. Müssen wir im Auge behalten. So, The Daily. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen konkreter. Deswegen gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Hier sieht man auch nochmal, warum das Ganze so ist. Ich glaube, es ist ja auch sehr schön gesehen, warum du diese Zonen dir angucken solltest für deine Ansicht. Ich kann dir ja nichts vorgeben, aber es schadet nicht, ein bisschen Pingpong mit Ideen zu spielen. Deswegen auch meine Community. Ist nicht mein Verdienst. Das machen die Member und Memberinnen für sich. Also, großer Abverkauf kam. Der schöne Dip kann natürlich sein, dass jetzt hier viele abgeholt wurden, die gesagt haben, jo, das Ding geht in den Keller. Müssen wir mal schauen, weil der Kurs ist hier knapp oben drüber gestartet. Also, harter Aufkauf ist aber hier immer noch unterm Support. Jetzt könntest du natürlich nochmal gucken. Ja, müsste er wahrscheinlich. Allein wenn wir uns hier ein bisschen hinten die Zonen hier angucken. Und wahrscheinlich hier. Ja, kannst du vergessen. Also, die letzten Lows, selbst wenn er das letzte Low hier angibt. Also, hier müsste er jetzt drüber, über diese, was sind das, 39,2, um hier nochmal hoch zu gehen. Grobe Einschätzung. Kannst du gerne im Detail machen. Ist aber erstmal ein bärisches Zeichen. Aber, wie gesagt, das ist ja eigentlich unser Aufwärtstrend. Und hier unten ist ja das Extreme mit den Dips. Also, wir wollen eigentlich das hier haben. Nicht Zitterpartie hier unten und dann nach oben. Sieht aber erstmal nicht so aus, gell. Jetzt könnten wir natürlich auch wieder Fibo. Hatten wir ewig nicht mehr, ja. Irgendwie wird schon richtig einsam, der Junge. So, wenn wir das als Low ansehen, wobei wir vielleicht, Low wird höchstwahrscheinlich hier sein. Erstmal ohne Indikatoren oder hier, wie gesagt, in diesem Bereich. Aber sagen wir mal, das ist das Low. Das ist ja auch das, was wir uns aktuell angucken. Dann liegt zumindest das 0,5er Fibo, wo wir hin möchten, schön über oder in unserer Trendlinie. Da möchten wir hin. Also, ganz roundabout über 40.000. Ganz einfach. Was anderes interessiert uns jetzt eigentlich auch nicht. 40.000 bringt uns wieder hier ins Jubel. Also, jetzt aktuell. Später wird es ein bisschen schwierig, weil es ist ja eine höhere Linie. Weil hier hinten im Mai, seht ihr es schon mal, wir haben bei 40.000 jetzt hier exemplarisch 40.441. Blöd. Also, besser jetzt hochpumpen. Genau. Aktuelle Situation. So, 4 Stunden Chart. Wie sieht es denn bis morgen aus? Drop, bullische Gegenbewegung. Auch hier nochmal. Sweet. Also, schön den Spot getroffen. Wird jetzt nochmal dran gehen. Wird wahrscheinlich der nächste Versuch sein, wenn es nicht jetzt hier knallhart schon die Banane nach unten macht. Richtung 37,7. Aber du merkst, diese Kurse sind schon relativ wichtig. Wir haben eine Zone, die hier eben von 39.424 bis 40.000 geht. Und hier dieser Querbalken, wichtig für unseren Aufwärtstrend. Sollte er das nicht erreichen. Und ich rede von tak, 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 tak. Das Ding hier. Blöd. Mein Alternativ geht auch ham, tam, tam. Merkste? Tam, tam. Irgendwie sowas. Aber alles ist besser, als unter unserem Support zu bleiben, den wir jetzt hier kurzfristig aufgebaut haben. Also, hier, schönes Key-Level siehst du. 39.424. Jo. Best Guess. Es zuckt in meinen Fingern. Wir haben 10 Minuten auf dem Tacho, fast 11. Boah, ich lass das einfach mal so, oder? Ich hab mir ja in den letzten Wochen angewöhnt, euch immer am Anfang der Woche so kompletten Rundumschlag zu geben. Nö. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr seht zum Wochenende, wo der Kurs steht. Ich glaub, das erinnert mich mal dran, das mach ich jetzt irgendwie komplett die Woche durch. Kann sich auch immer täglich oder stündlich ändern, die Meinung. Schreibt gerne in die Kommentare, wo wird der Kurs zum Monatswechsel stehen? Also, genauer gesagt, am letzten Tag im April zum Daily Close. Über 40.000 oder unter 40.000. Und wenn du dir da nicht sicher bist, in unserer Formation, das kann ich dir gerne nochmal zeigen, worüber ich hier rede. Also, hier sind wir noch hier drin? Oder ist der Kurs hier schon irgendwo abgesegelt? Zu diesem Zeitpunkt. Schreib's mir gerne in die Kommentare, wo siehst du zum Monatswechsel quasi den Kurs? Sind wir hier irgendwo? Oder machen wir den hier? Also, 1 oder 2. Ach, hab ich eine schöne Handschrift. Unglaublich. Also, damit wir es nicht vergessen, ich lass das bis morgen stehen. Hoffentlich vergesse ich nicht, das stehen zu lassen bis morgen. Und gerne in die Kommentare, 1 oder 2, wo bist du mit dabei? Und ob du wirklich richtig siehst, siehst du, wenn das Licht dann geht. Wir sehen uns morgen. Mach's gut. Und... ... Vielen Dank.